Ach, Mist, jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange die Nudeln schon kochen. Brauchst du doch gar nicht. Schmeiß einfach eine Nudel gegen eine Fliese und wenn sie kleben bleibt, dann sind sie fertig. Mhm. Kannst du mal kurz den Herd im Auge behalten? Ich bin gleich wieder da. Perfekt. Auf den Punkt. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da.